So, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Dieses Video entsteht in Kooperation mit Wargaming. Ja, Wargaming macht ja Spiele wie World of Warships oder World of Tanks zum Beispiel. Da kennt ihr vielleicht sogar schon die Videos von Maximum vom guten Hanno. Die haben es ja auch schon öfter mal gezeigt. Ja, und ich bin der Kalle und ich bin jetzt auch dabei. Für alle, die sich für World of Tanks interessieren, hätte ich noch einen kleinen Probocode für euch. Für alle, die also Tanktastic eingeben, sobald sie auf den ersten Link in der Beschreibung klicken und sich dort anmelden, gibt es noch ein paar Goodies von Wargaming für euch. Zum einen gibt es ein T-127-Panzer, 500 Gold und 7 Tage Premium. Ja, wenn das nichts ist, dann weiß ich nicht, was was ist. Oder so. Nun, ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Tschüssi, Sikowski. Yo, Leute, ich bin's, euer Kalle Uwe. Ich bin jetzt seit neuestem auch World of Tanks-Profi. Ja, und nochmal am Rhein-Dein. Hier, guck mal, ich hab mir schon alle Panzer freigeschaltet. Und nochmal belohnt. Dann schaltet gerne mal ein, wenn ich das mal wieder zocke. Euer Kalle Uwe, alle. Ja, eh, irre. Oh, so. Halle, World of Tanks? Warum hast du ne Perücke auf? Ja, warum hast du nen Torpedo in der Hand? Ja, dann lass mir doch einen. Ey, yo, Maxim, ich bin jetzt krasse World of Tanks unterwegs. Wirklich, unheimlich belohnt. Ich bin übel sick. Du wirst komplett gebußt und du kannst ja gar nicht fahren. Hä, ich hab doch damals bei Max die Spandauer Stahlspatzen-Ausbildung gemacht. Weiß das nicht mehr? Bitte gut, sprich Schwein die Krümel! Okay. Ja, wie sie ist Spandauer Stahlspatzen? Aber warum ist der Rekrut? Wir nehmen ihn auf Scheiße! Richtig saftiges Stück Scheiße! Guckst du mich nicht an, wenn ich mit ihm rede? Knock, knock. Wer ist da? Ich hab warum umgefahren? Wollt ihr mich verarschen? Du warst mit Abstand der schlechteste Kadett. Ja, guck mal, wie viele Panzer ich mir hier freigeschalten hab. Das sind doch alles Russenpanzer. Eins, zwei, drei. Du bist doch selber Russe. Guck mal, ich zeig dir mal, wie es geht. Komm mal rüber. Komm, Maxim. Guck mal, Maxim, was wir für einen krassen Panzer haben. Der ist mega krass. Der hat ein richtig langes Rohr. Guck mal. Das ist wirklich lang. Das ist ein bisschen übertrieben. Mit dem gehen wir jetzt ins Gefecht. Und dann zeig ich dir mal, wie ich die Leute empfände ich mal. So. Alter, das Kneider ist schon richtig. Das riecht laut. Boah. Alter, der riecht gepufft. Furzen alle. Ja, das ist mega stinkig, du. Platz da. Den hab ich schon ein bisschen zu weit. Den hast du ein bisschen gerammelt. Ja, aber muss auch mal sein. Ähm, wo geht's denn hier lang? Links. Guck mal, da kannst du für den Lavendelfelder im Hintergrund. Ja. Ja, schön hier. So, guck mal, wenn du jetzt auf eine Map guckst, dann siehst du, mein ganzes Team ist überall verteilt. Aber ich gehe jetzt niki-piki-like mit meinem dicken Rohr. Oh, ich bin im... Ich hab ne Lampe. Pass auf. Oh. So. Heilige Rüstung weg. Ja, das war ein guter. Jetzt. Ich hab mich getroffen. Nein. Warte mal, ich bin gleich kaputt. Das kann doch gar nicht sein. Ich hab schon so viel geübt. Dann gehen wir mal. Danger Zone. Und wir sind Amphibienpanzer. Das merke ich. Das war nicht mein Lieblingspanzer. Ja, ist jetzt nicht so, wie ich will laufen, aber das war auch unfair. Der hat einen ganz anderen Winkel auf mein dickes Rohr gehabt. Tut mir leid für dich. Ich hab jetzt ne KV-5 in Stufe 8 Panzer. Und da geht's jetzt rein. Mach das. In die Rüstung. Wenn du ein killst, gebe ich dir 10 Euro. Echt? Ja. Echt? Ja. Echt? Ja. Echt? Ja. Geil. Ein? Einen. Okay. Okay. Ja, dann viel Erfolg, Kalle. Ja. Gefechten Nummer 2. Ja, ja. Du, man muss sich auch mal ein bisschen warm fahren hier mit so einem Panzer. Ist auch nicht alle Tageabend oder was. Ja. Richtig. Du hast aber ein ganz schön kleines Rohr aus. Ja, aber man braucht nicht immer das längste Rohr. Es kommt doch die Technik an. Die Technik, Thaddeus. So. So, da hinten steht einer. Ja, das war Glückstreffer. Das zählt nicht. Der ist gleich weg. Ach, schade. Habpraller, du bist scheiße. Hey. Wo ist hinten? Ja, herrlich. Hallo? Hallo, Herr Panzer. Sind Sie noch da? Platz da. Ich muss mich in Sicherheit bringen. Ey. Ey. Nicht schießen. Halt, stopp. Halt, stopp. Sechs, sechs, sechs. Sechs, sechs, sechs. Fahr mal vor. Oh, der ist schock. Fahr vor. Gunn. Gunn. Ich würde den normalerweise... Alter. Bruder, das ist mein Versteck hier. So, du hast eigenes. Schieb den mal raus. Pestig. Oh. Nein, nein, nein. Weg, 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 weg. Weg, weg. Ich werde getroffen, Alter. Scheiße, der ist ausgewischt. So knapp. Oh, nee. Oh, nee. Nein. 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 Oh, Kalle, du bist gleich tot. Nein, bin ich nicht. Doch. Nein. Oh, jetzt wandert euch. Lass mich leben, komm. Rück, schieß einfach, schieß. Kalle, du bist halt scheiße. Nein, bin ich nicht. Unnormal belohnt. Unnormal. Koffer mit Werkzeug und Sushi. Sushi. Ich habe Sushi bekommen. Onigiri, Alter. Verbrauchsmaterial Onigiri. 10% Besatzungsfähigkeit und Vorteile für die Dauer eines Gefechts. Das heißt, ich schmiere meinen Panzer jetzt mit Sushi ein. Ja. Und dann sind die Kassen. Dann riecht der irgendwie gut. Und ist tanky. Ich weiß, was wir jetzt machen. Wir fahren jetzt einmal rechts rum. Und dann nehmen wir die Basis ein. Do it. Schwerer Panzer sind richtig gut zum Eindruck. Ganz schnell. Okay, wir machen es anders. Den triffst du. Boom! Komm, komm, Gön, 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 Gön. Ich kann nicht schießen. Aber du hast den getroffen, oder? Ja, in der Fahrt. Ich habe doch gesagt, ich bin World of Tanks Profi. Wir sind erledigt. Also, es lag, glaube ich, am Sushi. Scheiße. Ich bin in der Lampe. Ja, du hast gesehen. Das ist okay. Du bist halt... Ich sehe nicht über die ganze Karte. Ja. Ja, aber auf dem Treffer. Ich kriege 10 Euro. Nee, der ist noch nicht tot, wenn der tot ist. Oh, der fährt. Der ist dumm. Ich muss nachladen. 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 Der ist dumm. Der ist dumm. Der ist dumm. Aber der ist auch dumm. Oh, da stehen einige von. Ich denke, du bist... Ja. Oh. Sauer. Da. Ja. Kritischer Schaden. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt. Das ist auch. Oh. Der hat sogar tot. Oh, aber er ist noch nicht tot. Jetzt muss ich zurück. Das kann nicht. Ich kann nicht fahren. Ich habe Aua. Fahr zurück. Ich kann nicht. Ah, der hat es schon wieder gekämpft. SSS. What the fuck? Ich kann nicht hinter dem Schießen, Mann. Die tracken nicht. Jetzt zurück. Jetzt zurück. Jetzt zurück. Jetzt zurück. Komm, 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 komm. Du kannst zurückfahren. Ich kann nicht fahren. Doch, jetzt kannst du. Ich kann zurückfahren. Scheiße, ich bin kaputt. Oh, du bist doch scheiße. Mann. Sicherheit über allem. Je komplexer das Passwort ist, desto sicherer ist es. Oh, nicht schlecht. Ja, ja. Das ist auch nicht gut. Oh. Ja, einmal durch. Einmal durch. Einmal durch. Schnell. Wenn der dich trifft, bist du tot. Oh, ich weiche aus. Nein, du fährst ihn entgegen. Du bist ja komplett lebensmüde. Aber dann fahren wir ihn vorbei. Ich fahre dir. Oh, ich glaube, der wird den den Ass schieben. Nein, wird der nicht. Oh. Oh, Glück gehabt. Die Räder. Aua. Oh, du musst springen. Durch den Tunnel. Durch den Tunnel. Durch den Tunnel. Alter, wie schnell schießen die bitte auf mich? Oh, los, Dings. Ja, ich lebe. Fahrzeug zerstört. Machen wir nochmal. Schauen wir einfach alles mit. Ja, das Zäunenumfahren macht dich schnell. Kappa. Oh, shit. Es war fast ein Free-Sixi. Sei froh, dass du nicht umgekippt bist. Weiterfahren, weiterfahren. Vollgas. Nein, nein, nein. Nicht schießen. Du bist so laut. Du bist laut. Wenn ihr jemand kommt, musst du sofort umdrehen. Hier kommt eh keiner. Drei. Umdrehen. Fahr weg. Und die Klippe runter. Sonst schaffst du es nicht. Free-Sixi. Zehn Euro. Oh. 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 Du bist einfach so. Leute, ich hab sie im Visier. Ich bin tot. Begibst du mir die falschen Tipps? Nein, das gebe ich nicht. Ich zeig dir jetzt, wie das Spiel funktioniert. Okay. Gön. Gön. Wenn ich jetzt einen Panzer wegmache, was kriege ich? Zehn Euro, nach wie vor. Da vorne vor dir ist einer. Du wolltest ja ohne Hilfe spielen. Lass mich mal machen. Ich lass dich machen. Weil ich bin schon krass. Ja, du bist krass. Guck mal, da. Krass, scheiße. Hey. Hey. Der ist groß. Der hat nicht getroffen. Wir haben sie nicht mal runter. Ha. Oh. Den 26er, wenn du den holst. Das ist der ja gar nicht. Wir sind dahinter. Wieso zielst du auf den mit viel HP? Fuck, fuck, fuck. Von wo? Jetzt der. Ich hab ihn nicht. Jetzt. Ja. Zehn Euro. Zehn Euro. Ehre. Ehre. Der andere ist auch kaputt. Wir gewinnen. Wir gewinnen, Maxim. Hol noch einen. Nein. Scheiße. Wo ist mein Geld? Alter, aber... Ja, bitteschön. Hast du dir gut... So, und jetzt gewinnen wir eine Runde. Erarbeitet. Machst du alles, was du hast. Aber du darfst ihn nicht blocken. KV1 macht nur One-Shots. Vorsichtig vorfahren. Leicht vorfahren. Schießen und weg. Ich stehe im Weg. Was ist das? Daneben. Oh, der hat auch schon gefressen. Er geht baden. Oh, der hat... Oh, Alter, das ist nicht fair. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Tank daran, schießen und zurückfahren. Hallo. Oh. Sehr gut. Ich hab... Ruhe bewahren. Ja, die. Und weg. Sehr gut. Das machst du jetzt viermal. Ja, genau. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Cool bleiben. Cool bleiben. Cool bleiben. Ja. Ich hab dir gesagt, ich bin krass in World of Tanks, Alter. Du bist doch krass, Alter. Da, 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 da. Der ist gefährlich. Rechtsklick. Boom. Ja, und rückwärts, rückwärts, rückwärts. Du musst zurück. Es sind 3-3. Spannender wird's nicht. Ja, Spannender wird's nicht. Spannender wird's nicht. Mal kurz reden. Da. Das ist dein Weg. Durch die Büsche. Ja. Meinst du, der sieht mich wirklich wie Bäume auf dem Fahrt? Da. Stopp. Zielen. Feuer! Oh, Gott. Ganz schön. Ja. Ja, der ist tot. Wir haben einen Kill. Wir sind Erster. Du bist am Leben. Jawoll, gewonnen! Du, was hab ich dir gesagt, Maxim? Ich bin krass in World of Tanks. Ist es wirklich? Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Warte mal, warte mal, warte mal. Geh mal vor die Tür, dann machen wir das da. Es gibt von mir alles, was ihr wollt. Okay. Ja, das war. Aber das wirst du auch noch unter der Tür. Ja, das wirst du auch. Maxim, ich hab's dir gesagt. Ich bin mega krasse World of Tanks. So, jetzt geht's mal weiter. Ich hab's mal weiter. Ich hab's mal weiter. Ich hab's mal weiter. Ich hab's mal weiter. Mach mal die Tür zu, du. Mach's mal weiter. So. Ich hab's mal weiter. Hallo, ich hab's mal weiter. Hallo, ich hab's mal weiter. Jo, Maxim, ich wollte nur kurz was sagen. Denkst du bitte daran, dass du allergisch gegen Karotten bist? Ich hab's mal weiter. 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 Ich hab's mal weiter.